so einen wunderschönen guten tag liebe leute ich hoffe der ton ist okay es ist alles so mit der gopro ohne mikro ohne alles aber wie ihr schon sehen könnt habe ich hier mal was aufgebaut machen wir jetzt mal die versprochene db-messung bei sabrinas motorrad hier noch einmal drum rum dass ihr die mal seht warm laufen lassen habe ich sie schon und dann kann ja nichts passieren ok dann bringen wir uns mal in position machen das gerätchen mal an mit zündung geht es natürlich besser jetzt müssen wir 4500 umdrehungen halten da darf sie 90 db haben das war schon ich bin mal gespannt was es gegeben hat sehe ich auch erst im schnitt das mal wieder aus ja dann wünsche ich auch was ich hoffe mal dass der frühling schnell kommt es ist zwar trocken aber gerade zwei grad also ich friere schon eine finger macht's mal gut leute bis später